Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der MV Gimmer und wir sind heute mal wieder unterwegs in Ring of Elysium und zwar im Event Mode. So, wir werden mal gucken was wir heute erledigen können, weil ich glaube wir sind nämlich mal im Event Mode in einer anderen Karte. Schauen wir mal. Werden wir gleich sehen. Ich spiele übrigens Solo gegen Squad im Event Mode. Also, abwarten und Tee trinken, was da heute passiert. Jo, das ist unsere alte Karte. Die Skikarte. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir starten von hier oben. Ja, und wir mal. Das ist auf jeden Fall ein Squad. Da ist ein Squad. Da ist ein Duo. Ah, wir werden mal sehen. So, wir werden erstmal hier oben was suchen. Jo, klar. Unsere alte Map. Die ist mal wieder da. Hier habe ich dich vermisst. Wir werden gleich mal auf die Jagd gehen. Wir werden mal auf die Jäge. kommen wir auf jeden fall für anfänger würde ich das auf jeden fall nicht empfehlen hier solo gegen squad das könnte böse enden. guck mal wie weit ich kommen werde, stimmt aber auch nicht allzu weit so Okay. So, haben wir hier noch eine andere, was ist denn eine Bulletproof Weste? Alles klar, die nehmen wir doch immer mit. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall schon mal gleich eine Runde runter. So wäre immer noch ein anderes Visier. Das kommt auf die hier. Das kommt auf die hier. Das kommt auf die hier. So. 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 irgendwie habe ich das gefühl dass ich hier irgendwie ein auto ja was war das hallo was war das denn für ein bug was war das war das war das war knapp das war sehr knapp was war das war was war das war war das war alles klar hey so looking squad ein kill was will man mehr hoffen wir es hat euch Spaß gemacht wir sehen uns beim nächsten Mal wieder übrigens das war auch ein Event-Mode ciao bis zum nächsten Mal